Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Digitale Celloschule. Heute gibt es ein Play-Along für dich, Summer Over the Rainbow. Hier stehen alle die Fingersätze, auch die Saiten, wo du das spielen sollst. Es ist alles auf die erste Lage geschrieben, das ist sehr einfach. So, einmal cello auspacken, Kopfhörer an und einmal mit mir spielen. Wir fangen auf Strich an. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kommt noch eine Version, die ist ein bisschen schneller, ein bisschen fließender. Du kannst das noch einmal gerne mit mir spielen. Du kannst das noch einmal gerne mit mir spielen. Amen. Sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank für mitspielen und zuschauen. Ich hoffe, das hat dir gut gefallen. Schöne mir einen Like, falls du mir unterstützen möchtest. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren für mehr Videotutorials, mehr Play-Annons und Videos zum Thema Cello. Ich freue mich, dich wieder zu sehen auf den nächsten Videotutorials. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen.